Die Lage von BRUSA ist idyllisch. BRUSA ist für mich spannend und herausfordernd. Elektromobilität liefert einen wichtigen Beitrag gegen den Klimawandel. BRUSA prägt die Elektromobilität bereits seit über 30 Jahren und wird sie auch in Zukunft entscheidend mitgestalten. Was ist BRUSA für mich? Leadership und Begeisterung. Denkfabrik und Innovationsbeschleuniger. BRUSA ist eine Chance, sich selbst zu verfüglichen. Für mich ist BRUSA von Experten lernen. BRUSA leistet einen wichtigen Beitrag für die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft. Team, Geist und gemeinsam Herausforderungen meistern. International, offen, dynamisch. BRUSA ist zentral in Europa gelegen. Mit BRUSA kann man Elektromobilität live erleben. Mit BRUSA kann man Elektromobilität live erleben.